Zanon, Oberracher, Welzl, Tor, Tor für Innsbruck, vierte Minute, 1 zu 0 für Innsbruck, Oberracher, scharfer Pass zur Mitte und Welzl stellt auf 1 zu 0 für Innsbruck. Das ist ein Beginn, wie ihn sich die Innsbrucker erträumt hatten. Ein schnelles Tor, um einmal den Rückstand aufzuholen. Wir sehen die Aktion hier noch einmal, Freistoß von Werner Schwarz, zu kurze Kopfabwehr. Zanon, Oberracher, scharfer Pass zur Mitte und Welzl drückt den Ball über die Linie. 1 zu 0, also für Innsbruck.